Guten Morgen zu Ramadan Tag Nummer 9. Heute ist Freitag, wie ihr seht, 6 Uhr. Ich bin seit Saul wach, also seit unserem nächtlichen Frühstück. Dafür bin ich so um kurz nach drei aufgestanden. Und ja, alle anderen sind ins Bett geflitzt. Ich habe schon Hausarbeit gemacht. Ich habe schon geputzt, ich habe Böden gesaugt und gewischt. Ich habe Wäsche gemacht und während ich parallel das Video schneide, was ihr hoffentlich schon gesehen habt, mache ich neuen Joghurt. Und danach gehe ich einkaufen. Genau, also schön früh, damit ich heute nicht wieder so ein Stress bin. Keine Sorge, das Joghurtrezept, ich werde euch das so schnell wie möglich abfilmen. Ich denke, das kommt dann direkt nach Ramadan, Inshallah. Weil ich wollte es euch wirklich separat als ein ganzes Video abfilmen. Und dann bekommt ihr das und dann könnt ihr da immer drauf zugreifen, damit ihr dann wirklich die Anleitung dafür bekommt. Und genau, das mache ich jetzt erst mal. Und danach flitzen wir gemeinsam einkaufen. Ich gehe jetzt einkaufen. Ich hatte, wie ihr gesehen habt, ein bisschen heute Morgen produktiv gearbeitet. Habe das Video danach fast fertig geschnitten gehabt. Bin dann um 9 Uhr ins Bett gegangen. Habe dann drei Stündchen geschlafen. Das hat gut getan. Dann habe ich das Video zu Ende gemacht. Und noch andere Sachen. Und jetzt flitze ich einkaufen. Die Männer waren heute beim Freitagsgebet. Heute ist ja Freitag. Der 9. Ramadan Tag. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe. Auf jeden Fall habe ich wieder Tübchen gekriegt. Ich liebe das ja. Wenn wir mal in den Männer, mal Tübchen mitbringen. Ja, ich gehe ein bisschen einkaufen, dann kochen. Habt ihr ja gesehen im letzten Video. Also ich habe schon überlegt. Ich glaube, zwei Lasagnen wird es zu viel sein. Dachte ich so die ganze Zeit. Ach, ich mache trotzdem mal die Kinder. Oh ja, lecker Lasagne. Nee, ich werde viel essen. Aber dann im Ramadan letztendlich isst man hier halt nicht so viel. Und es ist komplett eine ganze Lasagne übrig geblieben. Deswegen mache ich dann später nur noch ein Süppchen und einen Salat. Und ich liebe das so schön. Ich stelle die immer da oben aufs Regal, weil die Katzen irgendwie gerne an den Tulpen knabbern. Und das sollen sie natürlich nicht. Denn das ist nicht gesund für die. Okay, auf jeden Fall. Ich nehme euch jetzt mit ein bisschen beim Einkauf. Also ich brauche jetzt nur ein paar Sachen, ein paar Zutaten. Da gehe ich jetzt schnell einfach bei uns in der Nähe zu Lidl. Also ich mag da Lidl einfach gerne, weil die viele regionale Sachen haben. Immer an Gemüse und so kriege ich immer alles, was ich brauche. Deswegen gehe ich da hin. Ansonsten, ja, ich will halt ab und zu auch mal so auf Wochenmärkte und so gehen. Aber das ist ein bisschen immer zu weit weg. Deswegen nutze ich dann doch eher die Supermärkte hier in der Gegend. Und dann schaue ich mal. Ich wollte ja die Gemüsepaste machen. Ich hoffe, ich schaffe die dann. Mache ich die dann heute Abend. Ich wollte euch ja zeigen, wie man die macht. Genau, ich wollte es eigentlich vor dem Essen machen. Aber jetzt ist die Zeit, die Zeit rennt extrem schnell. Also es ist unglaublich. Die Zeit geht super schnell vorbei. Es ist immer irgendwas zu tun. Also seit der Ramadan begonnen hat, habe ich eigentlich keine einzige Minute. Ja, ist auch schön. Gott sei Dank irgendwie unnützig verschwendet. Ich habe irgendwie nie, was ich sonst so gerne mache, immer so Filme geguckt und so gar nicht. Ich bin gestern auch komplett direkt dann abends nach dem Iftar auf der Couch eingeschlafen und so. Also ja, genau. Gehen wir jetzt einkaufen und dann kochen wir zusammen. Gehen wir jetzt. Gehen wir jetzt ein sehr günstig Stück mal mitnehmen, auch wenn die weiß sind. Sehr geehrte Kunden, wir öffnen Kassel 3.5. Bitte haben wir den Einkaufsbericht auf. Ah, erst einmal, dass ich die bei Lidl sehe. Paprika hellgrün. Ah, können wir demnächst wieder machen? Ja. Den fahren wir müssen. Und dann. Cool, erst einmal bei Lidl. Oder wahrscheinlich sind die so schnell weg dann. Sogar die türkische Paprika haben die hier. Aus Türkei. Cool. Davon habe ich aber noch zu Hause. Heute mein Fertigkäse. Ja, heute schaffe ich es wieder nicht zu backen. Aber ab und zu mal, ganz selten, kann man auch mal was Fertiges kaufen. Und ich mag den von Lidl, der schmeckt lecker. Den gibt es heute. Warte, ich gucke nochmal, nicht, dass da irgendwas drin ist. Man weiß ja nicht, die Rezepturen ändern sich ja immer. Nicht, dass da irgendwas drin ist, was da nicht eingehört. Nee, der ist auch von den Inhaltsstoffen nicht ganz so dramatisch wie manche andere Produkte. Der ist okay. Ach, hier ist auch ein vegetarisches Zeichen. Das ist immer praktisch, wenn das dran ist. Natürlich zwei, da will ja jeder was davon haben. Die sehen eigentlich ganz gut aus. Schau mal, hier gibt es Bärlauch. Soll ich mal eine Bärlauchsuppe machen? Als Kind hatten wir vor unserem Haus ein Feld. Da gab es immer Bärlauch. Deswegen gab es bei uns immer eine Bärlauchsuppe. Ich weiß nicht, ob die jetzt so polnisch angehauft hat, aber immer so eingekochtes Ei noch drin. Ich frage mal meine Mama, wie sie das gemacht hat. Ich mache das euch mal. Das ist eigentlich richtig lecker. Da ist so ein gekochtes Ei drin. Ich muss mal gucken, ob das so typisch deutsch ist oder ob das so polnisch war mit dem gekochtenei. So, was kaufe ich? Nehme mal zwei mit. Nehme mal zwei mit. Ein bisschen Glückssalat. Boah, Gurken. Gurken sind mal wieder runter, unter einen Euro. Die letzten Gurken habe ich in meiner Geburt bei 1,49 Euro oder so. Jetzt wieder 99 Cent. Wow, warte, dann nehmen wir doch gleich drei mit. Das sieht hübsch aus. Lass schaffen. Ich muss nur zwei mitnehmen. Eins. Vielleicht noch so einen kleineren, oder? Einen schöneren. Den hier noch. Ach, ist das Stück? Was? Das ist ja Stück. Die sind ja so dünn. Das ist ein bisschen teuer, Stückzahl. Bisschen magerer. Bisschen klein. Aber gut. Die ne, da aber noch. Das war ich gut, ich glaube, es war auch noch. Dann brauche ich Karotten. Hier, Karotten. Karotten. Ah, noch einen Kürbis nehme ich mit. Kartoffeln haben wir, Salat haben wir, frische Kräuter, Rotos. Ich gucke euch vielleicht noch mal einen Salat noch mehr. Klein. Ah, der sieht ganz gut aus. Hören wir das nochmal mit. Okay, die war jetzt wieder da. Rüber. Da gucken wir gar nichts hin. Brauchen wir alles hin. Ignorieren bitte. Oh, schaut mal, das ist cool. Das ist ein Dupe zu den Wetbrushes. Wetbrushes, ne? Und was sind die, wie heißen die? Tangle Teaser. Tangle Teaser, ja. Welches nehmen wir? Das ist blau? Ja. Was gibt's noch? Das ist so. Und das ist so ein kleiner Stief. Nein, keiner hat den. Noch den? Okay. So, weil die Kinder hier ihre Cookies lieben. Kasse 3, bitte. Natürlich von diesen Schokotrüppchen und Schokotops Die benutzt sich ja viel. Was macht? Was macht man noch ein paar? Braucht man immer zum Backen. Ein bisschen auf Vorrat. Yum, yum. Den nehme ich mal mit. Das ist der Pettige. Das ist der Pettige. Das ist der Pettige. Das ist der Pettige zu besuchen. Das ist der Pettige. Das ist der Pettige. Das ist der Pettige. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich packe gerade den Einkauf aus und ich weiß nicht, ob man mich gehört hat da bei Lidl, dass ich da eben diesen Bärlauf gefunden habe. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier in der Nähe... Ich müsste mal meinen Nachbar fragen, weil mein Nachbar kennt sich gut aus. Der ist nämlich auch viel mit seinen Hunden unterwegs. Der weiß bestimmt, wo es Bärlauf gibt. Auf jeden Fall gab es bei uns zu Hause, als ich klein war, als wir noch in Spandau gewohnt hatten, wir hatten gewohnt an so einem... Das war wie so ein Feld einfach. Da sind wir auch immer mit unserem Hundgasse gegangen und so. Und dort gab es nämlich ganz viel wilden Bärlauch und dann gab es bei uns eben immer eine Bärlauchsuppe. Und ich muss mal meine Mutter fragen. Ich gucke mal kurz zum Beispiel in der Kukido App, was das da für eine... Wie die zum Beispiel gemacht ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt eine typisch so polnische Art war oder ne? Bärlauch. Also wir haben hier Bärlauchsuppe. Unsere war mit Ei eben. Ne, mit Ei gibt es zum Beispiel nicht. Frischer Bärlauch, Zwiebeln halbiert, Erdäpfel, Wasser, Schlagsahne, Gewürzpaste, Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Ja, da kommt ja gar nicht viel rein, ne? Ich zeig mal die andere Rezept. Der ist jetzt wieder mit Lachs. Muss jetzt nicht sein. Und das wäre... Ne, ist auch Erdäpfel. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es meine Mutter... Ich muss an meine Mutter anrufen. Vielleicht kann sie sich erinnern. Ihr könnt mir mehr schreiben, falls ihr ein gutes Bärlauchsuppenrezept habt. Gerne in die Kommentare. Das habe ich das erste Mal, glaube ich, gesehen bei Lidl. Das ist regional aus Deutschland. Ja, aber mal gucken. Ich weiß nicht, was die Kinder dann davon halten. Ich kann mich so erinnern, dass die halt immer so schön säuerlich war. Und dann, ich habe das halt gemocht, weil dann immer dann dieses hartgekochte Ei da drin war. So halbiert und dann so in der Suppe und dann... Mh... Kriegt man doch gleich Hunger. Werden wir sehen. Ich fange jetzt erst mal den Einkauf aus. Wir haben es jetzt gleich 18 Uhr. Da ich ja nicht viel kochen muss, ich mache ja nur Salat und Suppe, bin ich jetzt entspannt. Ich schaue mal. Ich bereite erst mal die Suppe vor. Ich mache die polnische Gurkensuppe. Dazu gibt es ja schon auf diesem Kanal hier ein komplettes Rezept. Verlinke ich euch hier oben irgendwo. Da könnt ihr dann später raufklicken und euch das genau angucken. Da muss ich das jetzt nicht so genau für euch mitfilmen. Wichtig ist dafür, dass man die Gurken hat, also die Sauergurken oder Salzgurken. Das sind polnische Gurken, sind jetzt von meiner Mutter die selbst eingelegten. Die sind halt nur in Salz, Knoblauch und Meerrettisches drin. Meerrettichstücke, so ganze von dem ganzen Meerrettich. Also die sind halt einfach sauer, die Gurken. Salzig und sauer. Wenn man die jetzt so kaufen könnte, also ich kann die auch zum Beispiel bei polnischen Peinkostelläden und so weiter. Aber ich weiß nicht, wie man die, wenn man jetzt so im Geschäft kaufen würde, was das für Gurken wären. Ob das Salzgurken wären, weiß ich nicht. Vielleicht weiß es ja jemand, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich nehme dazu halt immer die selbstgemachten von meiner Mama. Wir lieben sehr gerne. Die Suppe ist eigentlich so ähnlich wie die, die ich euch ja nicht gestern, vorgestern. Diese sahnige Kartoffelsuppe mit Dill. Es war eigentlich so eins zu eins das Gleiche. Wenn da jetzt eben nur noch die klein geriebenen Gurken noch mit drin wären, die eingelegten, dann war es eigentlich gleich. Außer, dass da nicht so viel Einlage muss. Eigentlich nur geriebene Karotten, Kartoffeln und dann die Gurke und Dill und ein bisschen auch eben mit einer kleinen Mehlschwitze und Sahne. Ein Schluck, das war's. Das kommt in den Keller. So, ich mache jetzt hier den Einkauf. Die Kinder helfen mir. Einen Teil bringen wir immer runter in den Vorratsraum. Der Rest hier oben. Eins kommt runter, oder? Eins kannst du mir, glaube ich, schon hier lassen, weil das ist schon fast leer. Und eins können wir runterbringen. Ja, mal, machen wir gleich. Ich liebe die polnischen Gurken. Die sind so lecker. Ich muss meinem Mann sagen, da haben wir dieses Jahr auch diese, also halt nicht so, so diese, wie nennt man sich, Gartengurken einpflanzen, damit ich die mir auch machen kann. Ich liebe diesen Geschmack. Das ist einfach für mich so Kindheit pur. Also, wie schon gesagt, ich zeige euch jetzt die Suppe nicht so genau. Ich habe ja da ein ganzes Rezeptvideo, das verlinke ich euch nochmal in die Infobox. Sehr leckere Suppe. Wer so säuerliche Suppen mag, die ist halt so auch so saalig, säuerlich. Oh, die lieben die alle sehr. Als Salat gibt es heute einfach einen gemischten Salat. Hier habe ich so gemischtes Blattgrün, oder wie man das nennt. Und dann einfach Tomate, Gurke, Paprika, bisschen Laufzwiebel, rote Zwiebel, Avocado mache ich mit rein. Und Feta-Käse. Ja, das ist auch so ein bisschen so Standard-Salat, den ich ganz oft mache. Und der schmeckt auch sehr, sehr lecker. Und dann auch wieder mit meinem klassischen Dressing. Und dann auch wieder mit meinem klassischen Dressing. Wow, heute war ich aber kurz in der Küche. Ich musste nur Suppe und Salat machen, das ist ja immer schön. Aber wir machen nach dem Essen zusammen die Gemüsepaste. Weil die muss ich machen. Die brauche ich. Und ich will sie euch natürlich zeigen. Deswegen machen wir die nach dem Essen. Zum Nachttisch gibt es heute gekauften Käsekuchen. Ich sage immer, man braucht so ein gesundes Maß. Also ich bin ja nicht so viel Fertigsachen. Also ich bin halt eher dafür immer so wenig wie möglich verarbeitete Lebensmittel zu essen. Aber ich sage auch, alles in Maßen ist auch vollkommen in Ordnung. Man sollte da jetzt auch nicht übertreiben. Hauptsache, es gehört nicht zur täglichen Ernährung. Dann ist alles gut. Komm, ich wasche gleich welche. Oder willst du für morgen noch aufheben, oder? Oder für sauren Fleisch. Dann ist alles gut. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich mache jetzt die selbstgemachte Gemüsebrühe, beziehungsweise es ist eine Gemüsepaste. Ich wusste selbst gar nicht, dass man das so selber machen kann. Das habe ich erst durch den Thermomix gelernt. Ja, aber ich denke, das könnt ihr natürlich auch ohne Thermomix machen. Der ist natürlich in dem Sinne praktisch, weil er mir alles kleinschreddert wird, also kleinschreddern tut. Und dann auch eben gleichzeitig einkocht. Aber ihr könnt das natürlich auch alles selber machen. Ihr müsst halt einfach nur Gemüse nehmen, was ihr mögt. Also beziehungsweise was in so eine Gemüsepaste halt einfach Geschmack gibt. Sowas wie Sellerie, könnt halt auch Knollensellerie nehmen. Eine Zucchini kommt rein, zum Beispiel Pastinake, mache ich aber nicht jedes Mal mit rein. Wenn ich sie da habe, tue ich sie mit rein. Ein paar Pilze, Karotte, dann etwas Tomate. Dann für den kräuterigen Geschmack dann zum Beispiel Petersilienstängel. Ich mache persönlich auch nochmal einen Chili rein, müsst ihr nicht. Knoblauch, Lorbeerblätter. Ich habe hier Bohnenkraut und Thymian und frischen Basilikum, der kommt mit rein. Eine Zwiebel und Parmesankäse. Den könnt ihr aber weglassen, wenn ihr das Ganze vegan lassen wollt. Dann kommt zum Schluss etwas Olivenöl und dann grobes Meersalz. Das ist auch relativ viel, aber es halt eben, ja, dient auch so ein bisschen für die Haltbarkeit. Ja, und dann müsst ihr dann halt eben später eben schauen, dass ihr dann nicht so viel Salzen tut, wenn ihr von der Gemüsebrühe was rein gebt. Bei mir wird es halt eben der Thermomix alles klein schreddern und dann einkochen. Aber ihr könnt jetzt eben den Schritt machen. Vielleicht habt ihr eine Küchenmaschine, dann könnt ihr dort es einfach klein mixen. Also jetzt nicht direkt pürieren, aber etwas klein schreddern. Oder ihr hackt es eben ganz fein und dann wird das Ganze eingekocht und am Ende nochmal püriert. Das könnt ihr dann auch entweder mit einem Gerät machen oder mit einem Pürierstab. Aber das ist eigentlich alles. Also ich werde jetzt erstmal hier die Sachen noch waschen und dann geht's los. Das ist eigentlich alles. Und dann geht's mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Also das ganze Gemüse wurde klein geschreddert und hat jetzt 25 Minuten richtig blubbernd gekocht, also wurde eingekocht. Jetzt kommt zum Schluss noch der Parmesan rein, der wird jetzt noch untergerührt und dann wird die Gemüsepaste abgefüllt und ist eigentlich fertig. Die Gemüsepaste wird jetzt heiß in diese Gläser eingefüllt, die habe ich vorher einmal mit kochendem Wasser ausgespült, zugemacht und im Kühlschrank gelagert und das ganze ist mehrere Monate haltbar. Also ihr könnt wie gesagt einfach in einem anderen Mixer euer Gemüse klein schreddern, in einem Topf einfach einkochen. Das war wie gesagt 25 Minuten, hat das ganze ja eingekocht. Abfüllen im Kühlschrank lagern, ich habe jetzt hier nochmal eine größere Portion gemacht. Ich habe halt mich nicht jetzt genau an dieses Rezept gehalten, was jetzt so der Thermomix sagt. Ich mache da immer so meine eigene Mixtur so ein bisschen. So. Und bei mir hält die eh, ich weiß gar nicht wie lange hält die bei mir, also vielleicht einen Monat, nicht ganz einen Monat und dann mache ich die halt wieder frisch. Aber das geht super schnell. Also klar, mit dem Thermomix halt einfach ein bisschen einfacher, weil der halt alle Schritte so in einem macht, aber ich könnte das genauso einkochen. Ich mache die immer erstmal mit dem Glasdeckel zu, später tue ich immer meinen Kunststoffdeckel rauf. Aber jetzt erstmal mache ich die zu, lasse die abkühlen, dann kommt sie im Kühlschrank und kann direkt verwendet werden. Also echt super, braucht ihr echt keine Gemüsebrühe kaufen. Ich finde das sogar noch viel leckerer in jedem Essen als die gekörnte Gemüsebrühe. 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 Gemüsebrühe ist fertig. Mein Joghurt, den ich heute Morgen, wann habe ich den gemacht, ne? Um sechs. Der ist auch fertig. Der kommt jetzt unten in den Kühlschrank, sieht man das? Der ist sehr lecker. Ja, wie gesagt, meckert nicht mit mir. Ich werde das Rezept so schnell wie möglich direkt nach Ramadan abfilmen und euch hochladen. Wirklich als einzelnes Rezeptvideo. Damit ihr das dann endlich habt, weil so geht es immer in den Vlogs leider verloren. Und dann hatte ich es mal in einem Video gezeigt und dann fragt ihr immer wieder und dann findet ihr das nicht. Also keine Sorge. In der Zwischenzeit habe ich eh mein Rezept nochmal perfektioniert. Also ist das auch nochmal gut. Ja, also, heute ist ja Freitag. Ihr seht das am Samstag. Ich wollte euch jetzt schon mal Bescheid geben, dass ihr am Sonntag kein Ramadan-Vlog sehen werdet, sondern ein Produkttest-Video. Das kommt am Sonntag. Dafür kriegt ihr dann am Montag sozusagen Samstag und Sonntag. Für mich ist es eigentlich ganz gut, weil Samstag sind wir eh zum Essen eingeladen bei der Family. Deswegen, ja, dort werde ich wahrscheinlich eh nicht filmen können. Und ich nutze dann halt auch den Tag, weil ich noch eine andere Werbung filmen muss, vorfilmen muss. Deswegen ist es eigentlich ganz gut so. Aber ich werde sehen, was am Samstag los ist. Also das kommt dann, wie gesagt, am Montag kriegt ihr dann sozusagen zwei Tage. Da bekommt ihr dann Samstag und Sonntag. Aber schaut trotzdem morgen, für euch ist es ja morgen, das Produkttest-Video, weil ich finde das richtig, richtig toll. Lohnt sich anzuschauen. Das ist ein echt, ja, ich habe was ganz Tolles getestet. Und ich bin da echt happy, dass ich das testen durfte. Deswegen schaut da vorbei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns trotzdem morgen wieder und übermorgen nochmal, inshallah. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für jeden Einzelnen, der ein Like da lässt, der den Kanal abonniert hat. Hier seht ihr auch wieder die ganze Playlist und so weiter. Schaut da gerne vorbei, falls ihr die anderen Ramadan-Vlogs noch nicht gesehen habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!